Hallo, hallo, hallo! Liebe Freund, Impresarier und Familie, wir kommen im letzten Teil von diesem Büch, was wir hier oben haben. Ein Paragücher ist in der Leveriersfänge normal, wenn ihr aus dem Schönraum seid, dort ist ein Elektor. Ein Elektor kostet eine Inkarnation und sehr leichte in aus dem Schönfänge. Sonst im Chaco kostet auch Fänge. Ein Lohmannplatte ist ein Lohkommende, das andere steht erst in der Leveriersfänge von der Königin. Ich würde Ihnen sehr mitmachen und lasst dort. Ich meine, du hörst mal Spanisch, nicht? Kein. So, den letzten Teil heute. Eure Echtigkeit wurde rein am Apportiert und däunten wir so wie uns mehr hier. So, wie macht der Reut seine Tempfertaile und däunten wir uns wie uns dort fernnehmen, so läuft dann mit anderen. Und du hast immer dann noch Menschen beleidigt oder verletzt, wenn du so eine trühhörtige Läuftülle bist. Und ich würde ihm sagen, dass wenn du so eine trühhörtige Läuftülle bist, dass du dann leicht entschnaupperst, entschnaupperst meine ich, dass du nägst, wenn du läufst, dass du also läufst, dass du also läufst, dass du immer noch beleidigt bist. Und dann das durchrede. Und dann passiert das andere Stichwort, wo wir dann auch von der Reutern verraschern. So, es gibt Menschen, die ich glaube, dass sie nicht unbedingt Probleme haben und dann bedeutet ich glaube nicht, dass die Arbeitsstädte nicht gekoppelt werden. Ich glaube nicht, dass die Arbeitsstädte nicht gekoppelt werden. Koppeln wir nicht mehr zanken oder jachten. Ich weiß nicht, wie immer du da sagst. Aber alle Arbeitsstädte wurden gesangt, gesangt und dann die Familie zurück. Und dort gehörte diese Welt. Und wir haben, glaube ich, aus Klotitschreden der Gesellschaft mit einer Ehrlehr gehört in unserer ganzen Geschichte, dass wir glaube, dort Jachte, Zahnke und Dalserne eine Sender ist. Und dann ist Jesus ein schlimmer Sender gewesen, wenn dort so war. Jesus ist so ein Dals gewesen. Auch in der drei, was du geschaffen hast, sagt. Ich bin bloß, wenn du dich beiseite hast, über die Pharisäer in der Schrift gelitten. Okay. Wie sind die geräubte Lieder über Probleme mit der Rede? Dort halb die Nuscht für sich gute Kläfe. Denn jetzt, bloß war da eine falsche Erinnern, dort die falsche, dort ist das, auswander, was best, was eigentlich best. Und dort versteht alle gesunde Beziehungen. So, wird immer Eierrechtigkeit geben, ab der Arbeit steht, wo immer wir sind und in der Familie, wo wir leben. Dort wird immer Eierrechtigkeit geben. Dann hat sie dort einmal in der Bibel gesagt, dass die Bibel niemals sagt, ob diese Welt Eierrechtigkeit gibt. Jesus hält dort immer, sei ja klar. Ich will Mädchen und Kone, eine schwere Tide und eine gute Tide. Nein, was bedeutet das, wenn Eierrechtigkeit passiert. Ja. Ist das recht, dass die ukrainische Menschen durch ihre Hüse bombardiert werden? Nein, absolut nicht. Wird nur die Wahrheit erst sagen, wenn ich weiß, ob Putin oder Selenskyj ist, wer die Wahrheit redet, aber ich mache nicht, wenn ich nicht mein Haus habe, wenn ich nur ein Haus habe von Tierenstock und nur einen Nähnstock verpachte, der in einem von meinem Haus ist mein Haus, und da fällt eine Bombe, dann ist alles verbrückt. Du möchtest all mein Haus gehören, alles ist weich. Ist das gereicht? Nein, es ist nicht gereicht. So. Eierrechtigkeit gibt es immer, aber ganze Welt, all the way and go and go and don't, wie geht wie uns denn. Das gibt sehr viele Bereiche, sehr viele Föcke, die sich zu erzählen, dass die Menschen sich zu denen auswählen, soweit, der und wird handelt, was gerät wird. Aber wenn ich nicht verstehe oder nicht weiß, dass das gerade der Daumenkopf war, dass ich mich nicht weiß, dass du das nicht weiß, dass du das nicht weiß, dass ich das nicht weiß. Das ist der beste Weg, dass das Wasser auf dieser Welt war. Ich habe einen Doktortitel. Dann kann ich gleich weiß, dass ich so groß sein kann, dass ich ein Mensch oder eine Rotfrau habe, vielleicht nicht mal Highschool aufgeschlossen habe. Ja, dann sind mit mir gewaust. Dann sind mit mir wieder. Dann war ich nervös, und dann konnte ich Weltmenschen nicht halten. So, wir brücken uns alle jenen, die ich da war, und weil wir uns nicht so dünner sind, waren wir geräusch, und das dachte ich selbst. Waren wir diese Gerechtigkeit, was wir in diesem Büro erklärt haben und geschaffen haben, so wie Redefeier, die Spazierfälle und wenn Trübeln abkommen, dann reden wir darüber. Waren wir diese Gerechtigkeit nicht lebe, dann fangen die Menschen auf die Arbeit und antworten, wie viel wird ihre Arbeit für die Gesellschaft erst. Und wenn die dort nicht enden wurde, dann geht dort plötzlich so sehr, sehr viel scheinbar die Arbeit, die du hast, also was sie ging. So, das proaktive Justiz, der bringt, dass die Menschen so sehr, sehr viel motiviert sind, ihre Arbeit zu dünnen. Je geraten in die Presse oder in die Institution wird, je deutlich ist, dass die Leiter sich aus dem Diktator rüberheben wird. Und dass die, die wird beleidigt sind, oder wird sich verletzt, weil sie die Höhne schraubt schmattert, und dann bläst du steil, du führst jetzt. Können sie sich wohl beharschen, brauchst du nicht beleidigt sein. So wieder. Wird sie sich noch auch oft beleidigt, oder so. Also das ist eine kalte Beziehung mit den Menschen, die es leichter tun, wenn du eine Säuergeräteinstitution unter dich hast. Und dann rätst du sehr viel Motivation über deine Menschen, über deine Mitmenschen. Ich verstehe mich nicht, dass das Leifthulich ein Upschlaubserne meint. Und Steven Liederasko stört immer dem Kostum und Basten für, wann du Säuerläufst du dich best, ob du dich nicht auf eine Doelteil geladen hast. Wenn du Menschen reagierst, die sehr fehlende Orbe der Größfurt, ich würde weiter die Kerne sicher an die Höhle, und du hältst dir an das, was bereit ist. So dort ist ein sehr, sehr starker Punkt von der proaktiven Gerechtigkeit. Eine Sache wird verstorben, dass Menschen leicht geläubt, dass die anderen, alle nicht zu denen aus dem Mord und Völker beleidigt sind, dass die Hängeberne Diktatoren sind, dass die aus dem Diktator denken. So das bedeutet, wenn die bloß die ganz leichte Schicht in der Opa-Urwitz steht erst, die geläubt die Säle alle zu denen aus Heu und Wann in der Säu, und wenn die nicht zu denen sind, sind die alle beleidigt. So im Hintergrund ist das ein Diktator, und der will allem bestimmen auch, wenn der bei der nächsten Stöp steht. Und wenn diese dann herkommen, dann fangen die immer doller bloß durch zu knallen, die Sache können, äh, verteilen meine Hand bloß durch knallen, so ich leufe sie zu mat. Und die Opa-Urwitz bliebe dann trotzdem auf der Opa-Urwitz, das bedeutet erst dann immer bloß wenig zum Geld. Und dann wird ganz gerulich sehr viel verloren. Damit ich eine gesunde Gerechtigkeit abbüren konnte, ob meine Arbeit steht, dann brauche ich die aktive Töcher. Und das aktive Töcher ist, dass ich eine Schau von der anderen Versorgung, ja. So, ähm, dass ich die anderen verstehen kann. Das hat wie all diese Arbeit. Und, äh, das ist grundlegend wichtig, dass ich das verstehe. Und, ähm, so, äh, meine Gefäuerte sei, dass die anderen nicht auch ihre Befeuert. Und, äh, dass wir uns gehen, die dich respektiert völlig kennen. Super. Liebe Freunde, hier möchte ich im Eigentjehen von dem Böck. Äh, 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 das ist das Jahr. Und das Jahr, bei der derैunen, äh, wurde ich das mit, äh, äh, ab eine Knoll-Strahl und dann wurde ich auf andere. Und da wurde ich bei Ammar wieder, so wie das, als ich heute eigentlich online verfehlen kann, dass ich es in den Versorgung war, äh, äh, diese Erklärung von der Justizia ProAktiva. Und meine Dapau-Wunsch ist, dass wir uns in euch, in der Familie, in den Impressos, selbstverständlich, dass wir in unseren Verschiedenheiten fernblehen können und dass wir gesundes Geld verdienen können, dass wir keine Faulstehne brücken und dass wir selbst in dieser Welt leben können, dass wir dort weiter, dass die nächste Generation von uns verlieren können, mitnehmen können und auch in das Leben abüben können und dass der himmlische Futter mit uns möglich ist. Und ich wünsche ihnen von heute viel Erfolg und wenn sie das für sich hier überleben und weiterlaufen. Und verjagt nicht, dass unsere Menschen dort zu schauen und einfach ein Like und ein kleines Glocke in meinen YouTube zu klicken, dass sie automatisch viele Oerboden kriegen in den Hand und Wader, dass sie das frisch kicken. Und ich frem mich zu sagen, dass wir das, was ich so viel für mich schauft habe und das harm nicht so viel gewesen hat, wie wir fern gesellschaften können, dass das viele Menschen verbrechen können und einfach nicht so viel für mich. Vielen Dank sehr und Gott mit uns und Gott mit uns alle. Bye, bye. In Hotel Springwater, disfrute de un servicio completo. Alberca climatizada y techada. Área de asadores. Estacionamiento monitoreado por circuito cerrado. Servicio de lavandería. Gimnasio. Desayuno buffet o a la carta para toda la familia. Contamos con habitaciones sencillas, dobles, triples, con jacuzzi, habitaciones con cocina, suite, suite con jacuzzi y para eventos especiales decoramos tu habitación. Nuestra ubicación permite un fácil acceso a distintos lugares turísticos y de negocios. Reserva a través de nuestras diferentes plataformas y los teléfonos 625-58-63535 y 625-58-63536. Whatsapp 625-150-1362. Estamos en el kilómetro 12 más 300 del Corredor Comercial Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!